Dash in 60 Sekunden. Dash ist eine Kryptowährung, also ein Zahlungsmittel, mit dem ihr Online-Sachen einkaufen und bezahlen könnt. Die übliche Abkürzung für Dash ist Dash und Dash gibt es seit dem Jahr 2014. Dash wurde als Alternative zu Bitcoin entwickelt. Ein Unterschied ist, dass es bei Dash auch nicht öffentliche Transaktionen gibt, also Transaktionen, die nicht für jedermann einsehbar sind. Und eine weitere Besonderheit, die Miner finanzieren die Entwicklung von Dash mit. Das funktioniert so, dass 10% der Miningerlöse in den sogenannten Treasury eingehen, von wo aus dann die Entwickler bezahlt werden. Von Dash wird es 22 Millionen Einheiten geben, mehr sind nicht vorgesehen. Die durchschnittliche Blockzeit liegt bei zweieinhalb Minuten, das heißt alle zweieinhalb Minuten wird ein neuer Block an die Dash Blockchain angefügt und der dabei verwendete Hashing-Algorithmus ist X11. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite dash.org oder bei Twitter und Reddit. Das war Dash in 60 Sekunden. Die Präsentation findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, damit ihr keines der nachfolgenden Videos verpasst. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.